Christian und Kurt, freut ihr euch schon auf Weihnachten? Natürlich freue ich mich auf Weihnachten, kann es kaum erwarten. Vor allem die ganzen Geschenke, die man wieder zum Auspacken hat. Und dass man mal nicht wieder mit der Familie zusammensitzt und wieder mal richtig eine besinnliche Zeit miteinander feiert. Innatura X-Mas Special, die legendäre Innatura Party geht in die nächste Runde und heute dreht sich hier alles um das Thema Weihnachten. Und ich bin mal gespannt, wie weihnachtlich die Stimmung denn hier ist. Wart ihr so brav, dass das Christkind euch was bringt nächste Woche? Natürlich, wir sind immer brav. Natürlich. Also wir drei Weihnachtsschrauen, wir freuen uns schon auf Weihnachten, oder? Und wie. Aber heute wird schon richtig Gas gegeben. Natürlich. Wie ist denn die Stimmung heute? Ja, total super. Also total genial. Spezial. Und du bist auch schon in Weihnachtsstimmung? Naja, noch nicht ganz, aber die Jungs tun ziemlich was dazu. Weil privat hat sich bei mir halt ziemlich viel geändert. Ich kämpfe gerade ein bisschen allein, aber alleine geht's auch. Und mit solchen Freunden macht's halt hier auch Spaß. Alleine kann man viel mehr Gas geben, oder? Ja, natürlich schon. Und wenn jetzt dann mal nach der geilen Musik auch der DJ noch anfängt, dann hauen wir richtig mal aufs Blech. Also heute gibt es keine Grenzen. Nein. Dann viel Spaß. Danke.